Ja, es war einfach neugierig, ich wollte raus aus den alten Mustern. Ich war einfach auch fasziniert von Tobias und seinen Videos, die er über Rohkost, über den Reinigungsweg beschrieben hat und über das Fasten. Und ja, da wollte ich einfach Kontakt mit Gleichaltrigen und mich austauschen und ja, einfach mal den Mut zu nehmen, was Neues zu haben, Zeit für mich. Erstmal einfach, dass es auch noch viele Gleichgesinnte gibt auf dem Weg, dass man seinen Weg finden soll, oft auch mal wirklich Mut nehmen soll, sich Zeit für sich nehmen soll. Um weiterzukommen, ja, Verbundenheit mit der Natur habe ich gespürt hier, Verbundenheit mit anderen Menschen, die einen ähnlichen Weg haben. Ja, das war einfach, ja, in die eigene Kraft zu kommen, nur Vertrauen zu haben, dass alles gut wird, dass man ja selbst schon schaffen kann, wenn man wirklich einen Weg und Ziele vor Augen hat. Ja, für alle, die sich selbst weiterentwickeln wollen, die Zeit für sich haben wollen, aus den alten Strukturen raus wollen, um sich selbst zu erfahren, sich selbst zu spüren und zu schauen, wohin geht der Lebensweg noch was, ja, wohin geht's noch für mich.